Aber nun geht es wieder in die Jetzt-Zeit. Neben mir steht Gino Vanelli. Er sieht italienisch aus, der Name ist italienisch. Also das Lied handelt nicht von schwarzen Autos, obwohl man das vermuten könnte, denn Black Cars deutet darauf hin. Es geht vielmehr um Mädchen, um Girls halt, die also ganz in Schwarz auftreten, sehr mysteriös sind, dunkle Brillen womöglich noch aufhaben, ähnlich wie unsere Puppen, die wir im Hintergrund aufgebaut haben. Okay, lassen wir starten. Hier ist Gino Vanelli und Black Cars. Gino Vanelli 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 Gino Vanelli